Leute, willkommen zu einem neuen Vlog, endlich mal wieder auf die... Oh, ich bin viel zu hell. Willkommen zu einem neuen Video auf diesem Channel. Ich hab einfach mal Lust bekommen, wieder ein Video zu machen, denn mir ist todeslangweilig, muss ich ehrlich gesagt mal zugeben. Ich habe hier gerade... Oh, ist schon wieder viel zu hell. Ich habe gerade die neue Sonnenallee-Folge fertig bearbeitet und guckt euch das einfach mal an. Das sieht richtig krass aus. Das war diesmal richtig schwierig, die zu bearbeiten. Die Folge kommt am Donnerstag online, Leute. Also, da könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal drauf freuen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich machen soll. Ich glaube, ich weck einfach mal die Ritze. Hier, wir hatten übrigens vorhin, vorhin kam hier so ein Eiswagen vorbei und der hat uns ja einfach mal so ein leckeres Eis gemacht. Hier, dann blende ich es euch mal ein. Es sah sehr, sehr lecker aus, Leute. Also, ich fand, es schmeckt sehr lecker. Außerdem bin ich schokoladensüchtig geworden. Nicht so geil, aber es ist leider so. Jedenfalls, ich will jetzt mal die Ritze. Ritze, hallo, kannst du mal aufstehen? Willst du denn ernst, Junge? Ich penne hier gerade, hallo? Wollen wir vielleicht einen Vlog drehen? Ja, Ritze, nee, ich habe keinen Bock jetzt hier auf so eine Scheiße. Lass mich mal pennen. Lass mich mal einfach pennen. Wie ihr seht, hat die Ritze schon mal wieder gar keinen Bock auf ihr Leben. Das müssen wir aber ändern, Leute. Oh, warte mal. Leute, wie ihr vielleicht wisst, habe ich hier auch noch so einen schwarzen Schrank. Also, ich habe ja hier so einen Schrank. Ich habe hier so eine Lampe. Und ich habe hier noch so ein schwarzes Brett. Und ich habe einfach keine Ahnung, was ich da oben rauftun soll. Ich könnte da diesen wunderschönen Stein rauftun. Ja, sieht jetzt an sich ein bisschen lost aus. Außerdem könnte ich diesen wunderschönen Schmetterling hier raufstellen. Ja, super. Nee, Leute, das, ja, da muss ich mir mal irgendwas überlegen, was da rauf kann. Ach ja, übrigens, wollt ihr eigentlich, dass ich nochmal ein Waldvideo mache? Wollt ihr das da oben abstellen, würde ich sagen. Hier lädt übrigens meine Powerbank schon seit 10 Stunden auf. Die hat sich schon komplett überladen. Ja, auch nice, ne? Oh, Leute, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich glaube, ich glaube, ähm... Ich habe eine Idee. Dafür müssen wir hier achten, Lego. Äh, was ist das nach Sachen? Äh, wir brauchen irgendwas ganz Besonderes. Eine nähere Kiste. Nö, nö. Ich habe eine ganz gute Idee, was wir machen können. Und zwar nehmen wir diesen Spiegel und stellen ihn... Da oben rauf. Äh, äh, äh. Ach, na toll, hier ist... Alter, oh gut, ey. Das Bild ist da auf meine Tastatur raufgefallen. Ja, Leute, hier steht jetzt ein wunderbarer Spiegel. Da seid ihr, Leute. Ja, das an sich war, dass die dümmste Idee, die man nur machen kann. Ja, gut. Ich glaube, ich überlege mir mal was, wie man die Ritze aufwecken kann. Leute, wir haben uns jetzt einen Plan überlegt. Wir werden jetzt die Ritze einfach mal ein bisschen kidnappen, ne? Die schläft da. Ritze, Ritze, hallo, sis. Das ist alles ein Traum. Ihr Ritze, ey, nie. Das ist ein Traum, Ritze. Das sind Burrito-Ritzen in deinem Traum. Ja, Ritze, what the fuck is going on? Die Ritze glaubt das einfach. Wir entführen sie gerade. Ritze, du bist in deinem Traum. Ritze, 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 Ritze. Ja, gut, dann schlagen wir weiter. Hä, ist die gerade einfach eingeschlafen? Denn die kidnappen die gerade einfach und juckt das einfach nicht. Sagst du, dass du es nicht zu laut sagen. Na gut. Wir sind jetzt ganz leise, Leute. Leider geht es nicht. Hast du die Ritze? Nein. Leute, sie darf auch Ritze auffahren. Oh, geil, wir verschiffen die jetzt einfach. Ritze, was wird denn das? Ritze, Hör zu, Hör zu. Hör zu, Hör zu, Hör zu, Hör zu, Hör zu, Hör zu, Hör zu. Oh Gott, die wird richtig akkord. Kleb schnell zu. Kleb zu, kleb zu, kleb zu. Schnell, schnell, schnell. Guck, Leute, wir haben sie. Wir haben sie. Wir haben die Ritze gekidnappt. Wo bringen wir sie hin? Wir werfen jetzt die Ritze. Wir werfen jetzt mit der Ritze. Leute, das ist ein neues Format. Das nennen wir einfach mal Werfen mit der Ritze. Ja, wir beginnen jetzt einfach mal. Okay, läuft die Ritze her. Läuft sie her. Ich werf zurück, ich werf zurück. Fangen. Okay, ganz hoch. Das war laut. In die Kopf, in die Kopf. Irgendwie kriegen wir es jetzt wieder raus. Die Ritze wird jetzt aufgestochert, Leute. Let's go, let's go, let's go. Oh, scheiße, ich hänge da fest. Oh nein, das wird nix. Wir machen ganz viel zusammen. Okay. Ey, jetzt ist einfach sowas entstanden aus dem lasten Block hier. Alter, wir haben hier einen Dippen mit dem Tusch. Ey, da ist sie hier raus. Oh, will sie nach unten durchgreifen? Oh mein Gott. Oh, ich hab... Warte, halt, halt. Oh, oh. Wir haben sie gleich. Oh nein. Mein Sock. Ich, ich, ich hau mal ein bisschen. Wir müssen nur das wegdrücken. Das kann von unten rausfallen. Okay, Leute, wir haben einen Plan. Wir müssen es jetzt schaffen, dass es unten rausfällt. Oh, oh, oh. Es hängt jetzt weg. Es geht weiter, Leute. Nicht aufs... Boop. Ey, jetzt kommt die Ritze einfach in die Mülltonne. Machst du mit der Ritze? Ja, ich hab ein Ritze. Tschüss, Ritze. Ich bin grad die Ritze für immer losgeworden. Party. Nein, Leute, wir sind ja nicht so gemein. Wir holen die Ritze am besten den Mal wieder, ne? Lass mal ganz schnell rennen, ne? Wie ganz schnell rennen? Lass mal oben rennen. Mit der Mülltonne. Ja. Geht dann mal los, ne? Oh, die Ritze wird durchgeschüttelt. Rennst. Oh mein Gott. Mike, was ist hier los? Äh, Ritze? Äh, äh. Rettet mich, ihr Kuppel. Oh, sorry. Oh, du bist mir wammelig. Ritze holt mich raus, ihr Kuppel. Und dann, ah. Oh, das war knapp. Das mussten wir dann an der Stelle alles mal zensieren. Ritze, hallo, los jetzt. Ach, was machst du da? Alter, du bist grad in der Mülltonne drinne. Ich könnte da einfach zumachen. Tschüss. Ja, ich könnte einfach die Ritze haben, dass du noch Müll fahrst. Ja, nee. Ritze! Oh, jetzt hängt die auch noch im Baum fest. Nächste Sache, Leute. Wir werden jetzt mit der Ritze auf dem Trampolin. Mal ein bisschen Rasensprenger. Die Kamera, du rennst durch. Nein, ich renne doch da nicht durch, Mann. Okay, lass aufs Trampolin. Komm, wir jumpen jetzt einfach mal ein bisschen raus. Die Ritze feiert es nicht so, oder? Nicht, hallo. Nächste. Vor allem mach das mal aus. Was machst du? Oh. 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 Was denn? Was ist das? Die sind so rum. Sie sind so rum. Die sind so rum. Das ist so rum. Die sind so rum. Die sind so rum. Sie sind so rum. Nein. Aua, meine Hand! Wir freien die Ritze. Ritze-Ritze-Ritze! Scheiße, ich erreiche alle ab. Alter, was haben wir hier gemacht? Komm raus, komm raus, komm raus. Ritze-Ritze! Nein, Leute! Oh, shit, Leute! Oh, mein Gott! Ich hab' mich!